90 Beine, hier wieder unterwegs auf der Bahn. Wir führen nach Position gleich die Jungs aus Italien, da kommen wieder auf die Leute mit Riccardo Lovello. Sie kommen in der Form des Verhältnisses und die Geschwindigkeit auf der Datposition. Die Transession-Reise, das ist der André Kermaschik und der Luka Fahnenpitz auf R4. Die Dämpfte im Bereich zusammen! Die Dämpfte im Bereich heraatz der absorption. Die Dämpfte im Bereich heraatz der Justin Merkel, der hier in die Dämpfte im Bereich mit der Vergangenheit. Die Dämpfte im Bereich heraatz der Angela Merkel, der hier in der Dämpfte im Bereich heraatz der Ausbildung, Wir sind auf der zweiten Position, Ricardo Loiro. Also wir haben vor allem speziell nichts weiter passiert, aber die Geschwindigkeit bei mir. Wir haben hier oben bis zum Ziel. Und hier versuchen wir jetzt der eine oder andere eben nach vorne zu kommen. Allerdings sind die Jungs aus Italien sehr, sehr stark. Auch hier sind die wirklich von vorne, das Welt zu kontrollieren, immer so schnell zu laufen. Und hier haben wir nicht kurz. Hier haben wir jetzt hier die Angriffen. Da hat er 659, Ricardo Loiro. Etienne Führung. Hat schon 7,50 Meter geschafft. Aus der zweiten Position jetzt Mario Loiro. Loiro geht sie in den letzten Runden. Und... Nicago Loiro geht das Rennen auf der zweiten Position. Mario mit Dortmund und dann Claire. Ich will mich hier aus Italien auf Platz 3. mit dem Galois auch nicht beenden. Und dann haben wir das Rennen beendet. Und jetzt...